Der war ja schon mal höherrängig. Das ist aber auch blöd. Alter! Hey, Haarendrang, ja. In die Schüssel damit. Krieg ich über Zeitung morgens? Nee, ne? Wieso werden die denn nicht müde? Hä? Ich mein, der hat den ganzen Tag gezockt und gezockt und gezockt. Die sind ja beide so. Weil normal ist es nicht. So, Rumpel. Ne? Und so. Ich verstehe das nicht. Wieso ist denn Energie noch nicht runter? Das verstehe ich nicht. Muss ich die denn schlafen? Muss ich die denn in die Gärchen machen, schicken oder was? Ich habe da keine Ahnung. Ich bin da echt... Ah, jetzt geht das auf den Labfressen, ne? Mhm. Irgendwie ist das Spiel... Irgendwie ist das Spiel komisch. Manchmal. Da passiert auch irgendwie nichts. Ich habe den Walle ja dran. Das heißt, ich muss das Spiel jetzt nochmal neu starten. Weil, äh... Hä? Das ist ja echt behindert. Das ist ja blöd. Weil hier steht ja nichts. Weil er schläft ja jetzt und hier geht die Leiste nicht hoch. Moment mal. Ähm... Ich speichere mal. So. Und... Dann... Was passiert? Nichts ist es? Kann man das nochmal neu laden? Oder was? Ich beende mal kurz. Und... Wir sind uns gleich wieder. Bis gleich. So. Da bin ich wieder. Ich hoffe, das klappt. Weil ich habe das Spiel jetzt nochmal neu gestartet. Ich hoffe, das... haut jetzt wieder hin. Wieso geht das nicht? Es hängt hier alles... so wie es... soll, aber... es geht nicht hoch. Es geht wieder hoch noch runter. Und jetzt ist das Einzige, was nicht runter geht. Ich verstehe das nicht. Den lasse ich Walle. Der ist sowieso frei. Dann lasse ich Walle einfach mal ins Fitnesscenter und dann mal gucken, wann er dann... wieder schlafen muss. Das muss ich ja eigentlich wieder... Das muss ich ja irgendwie... Das muss ich ja irgendwie bemerkbar machen. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Besuchen. So. So, gut. Dingses Arbeiten. Der Rumpel. Was macht der? Der frisst. Alter, sozial. Kann der Rumpel nicht einfach in den Park gehen? Ähm. What the fuck? Alter, was ist denn hier los? Wie viele Pferde sind denn hier bitte? Alter. Eins, zwei, drei. Alter, vier. Vier Stück? Ist das euer Ernst? Alter. Wie krass. Krass. Ich geh einfach mal so rüber. Dann geh ich mal hier hin. Was zur Hölle ist das denn? Ach, ist ne Fahne. Ach so. Okay. Gibt's hier nicht irgendeine... Hat die die ganze Nacht über gespielt? Ne. Alter. Die muss ja echt Langeweile haben. Aber ich kann hier mit niemandem interagieren hier so wirklich. Der Rumpel kann ja die Lissy besuchen einfach. Und ja, ich hab den Raum mal wieder gemacht. Also, weil der eine Aufnahme ist ja verloren gegangen. Ist einer da? Ja. Wale! Steh auf. Ich versteh das nicht. Bei Gronkh ist das genauso. Schlafen die nie oder wat? Wäre ein krasser Bug. Wenn die nicht mehr schlafen könnten. Das wäre... bitter. Aber ich wüsste nicht, woran das liegt. Ne. Ähm. Ne. Wer ist das? Ne. Brad Pitt, Stan und Cartman. Hihi. Ja, von South Park habe ich auch schon drinne. Habt ihr eigentlich schon gesehen, beim Anfang. Die South Park WG. Wie ist es hier? Was? Jaco Miller. Da sind auch fremde Leute drinne. Das ist aber normal. Das ist jetzt nicht... Carot. Wir sind ja zwei so eine Dinger, ne. Dann kann er mal... Hier so ein bisschen... Und so. Wie alle hier... Den Laden stürmen einfach. Ja ne, ist klar, ne. Komm mal runter da. Wie der da... Wie der die da gedanklich runterscheucht einfach. Weil wir mal wissen, was runter geht und was nicht. Aber... Na gut, der Andrang und die Gierne durfte ja runter gehen. Aber... Ähm. Das ist jetzt nicht... So... Was macht der denn da? Guckt der sich das Bild an? Sarah Connor? Ja, Sarah Connor. Ne. Was macht Frigate? Sag mal, was... Was ist denn hier los? Was macht Frigate? Ähm. Hilfe! Oh mein Gott. Was macht der denn? Keiner da? Oder? Nein! Scheiße! Er kann dann auch nach Hause. Der kann dann auch nach Hause, weil ich... Mano! Das klappt hier nicht so, wie es soll. So blöd. Was macht er denn? Oh Gott, oh Gott. Was macht denn die Schlümpel beim Fitnesscenter, Alter? Ganz ehrlich, was sucht die da? Die ist doch nicht zum Trainieren da. Die will bestimmt den Schweiß trinken. Als Mutti-Vitaminsaft einfach. Hoffentlich ist es ekelhaft. Hoffentlich ist es ekelhaft. Hoffentlich ist es ekelhaft. Oh, Böbel, beeil dich! Was macht denn der Walle jetzt? Der Roma. Aber die Hygiene geht auch nicht runter, ne? Was ist denn hier los? Ich muss das mal googeln, ey. Ganz ehrlich. Ich will jetzt nicht die ganzen Mods und Spiele rausnehmen, die also es rausnehmen müssen. Weil das... Das wäre behindert. Weil das ist... Wäre blöd. Sehr blöd. Ich will das trotzdem machen, einfach. So, freundlich. Nein. Kann da mal bürsten. Dann... Bauch haulen. Und... Umarmen. Und streicheln. Kann da mal ein bisschen mit Rumpel spielen, einfach. Und bei Rumpel geht das alles, ne? Da geht alles runter. Nur bei den Sims nicht. Ich kapier das nicht. Ich kapier es echt nicht. Es ist mir zu hoch. Ich will doch mal was ausprobieren. Speichern mal gerade. Dann will ich mal versuchen, die Familie zu wechseln. Vielleicht... Mal gucken, ob das überall so ist. Weil das kann doch nicht sein. Ich finde das blöd. Ich nehme mal meine Familie hier wieder. Zum Testen. Auch wenn die Dinger hier weg sind. Aber es ist... Oder die... Aber das ist ja eh nicht viel. Ähm... Stadt bearbeiten. Oh, dran. Weil ich... Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich hab da... Ich hab... Ich bin da total... raus. Ja, Brad Pitt hat man ja schon gesehen. Da kann man ja auch mal ins Wurfelhaus gehen. Na, da. Kann ich da mal gucken, wie das da so ist. Und... Ja, hier sieht man ja auch viel, ne? So. Wo ist denn der? Ach, der ist ja bei... Ach, das geht. Das geht runter. Warum ist das bei den Rangies denn so? Das geht auch runter. Hä? Was zur Hölle? Ähm, was? Alter, ich hasse diese GTA 2 Optik. Ein Pferd? Natürlich ein Pferd. Go-Go Marshall? Go-Go Gadget. Wurde auch passen. Ha-ha-ha. So. Ich weiß nicht, warum. Warum das da so ist. Ja, komm, ist da Rex habe ich ja auch drin. Ne? Äh. Das... Ja. Äh... Ich... Alter, ich... Das ist... Das ist einfach... Ich finde das behindert irgendwie. Wo ist denn die? Wo die so arbeiten? Und der? Sitzen? Was? Als Sitzge... Ne. Was? Was macht der denn da? Als Sitzgelegenheit dienen? Ach so. Ach so. Ja, ist... Eigentlich... Eigentlich eine komische Sache, weil... Alter, wieso kann ich hier nicht... Wie dann hier ran? Das ist Sirius Potter. Ähm... Eigentlich... Also Sirius Black, wenn man die Filme kennt von Harry Potter, dann... Sirius kann sich ja... Ist ja... Ein Animagus und er kann sich am Hund verwandeln. Und deswegen habe ich das einfach so... Ähm... Hundemäßig einfach gemacht. Er ist zwar ziemlich... Ja, er ist sehr klein. Ähm... Als im Film, aber... Ähm... Ja, es ist... Er ist halt in die Waschmaschine gefallen. Oder er hat sich klein zaubern lassen. Was weiß ich. Warum... Warum ist mein... Warum ist der Pfeil am Arsch? Ich will das gar nicht. So. Ja. So, darum geht es ja eigentlich auch gar nicht. Ich wollte einfach nur gucken, warum das so ist. Schon wieder diese Scheiß-GTA-2-Optik. Ich hasse das. Wollte eigentlich nur gucken, warum das so ist. Ich habe das... Äh... Ne... Finde ich irgendwie blöd. Hier sieht man nochmal, ich habe den Kopf vergessen beim anderen Wurfelhaus. Weil hier... Ja, da ja noch ein Kopf. Und da die Schnauze und ich... Ja. Fail. Gut. Wir machen dann, ähm... Start mal Arbeiten. Aber ich weiß nicht, warum das so ist. Bei den anderen geht's. Warum bei den Rangies nicht? Ich will jetzt nicht nochmal wechseln, um ganz sicher zu gehen. Und das Haus hier oben beachtet ihr mal nicht. Weil da könnte man schon Konturen erkennen. Ähm... Ja, sorry. Ich halte hier das Display ein bisschen auf. Weil es... Es macht auch echt Probleme hier. Ich finde das echt blöd. Das sind die Schlömpels, das sind die Rangies. So. Wählen. Alter. Was mit Walle? Es geht nicht runter. Es geht nicht runter. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist echt blöd. Ich könnte... Ich könnte im Strahl kotzen gerade. Warum geht das bei anderen Haushalten und bei den Rangies nicht? Ich verstehe es nicht. Nur muss ich mir jetzt überlegen, was ich mache. Weil ich will ja bei der Familie eigentlich bleiben. Ich kann ja jetzt nicht warten, bis die müde sind. Ich weiß auch gar nicht, was da passiert jetzt. Ob die ja dauerhaft wach bleiben. So im... Weiß ich nicht. So wie im Real Life. Oder ob die auch mal schlafen müssen oder so. Ich hab da... Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran das liegt. Weil die Angriffe... Bei Dings... Schon wieder Namen vergessen. Bei der Altener und bei Brad Pitt. Da konnte man ja... Die wurden ja müde. Das ist da gewesen. Nur hier. Warum ist das hier nicht? Weil ich die reingesetzt habe? Na, Walle, kotzt du gleich? Kotzt du gleich? Kotzt du gleich? Hm, 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 hm. Na, schade. Kotzt nicht. Äh, ja. Zuneigung. Ein Schmatz hergeben. Zuneigung. Leckerchen geben. Zuneigung. Reden. Zuneigung. Bauchkraulen. Da müsste der Rumpel eigentlich wieder ganz gut aussehen hier. Außer Zerstörung. Aber das wird das Letzte sein, was er dann macht. Der kann dann noch... ...da nach im Margaro liebe Käse machen. Aber ich verstehe das nicht. Warum geht das hier nicht? Wieso? Ich habe das noch nie gehabt. Ich meine, gut, dass die Anzeigen mal rumspacken. Und sagen, dass der Rumpel hier wegen Zerstörung, dass das weiter höher ist. Und dann, wenn ich weitergemacht bin, dass das weiter runter geht, dann wieder. Das kenne ich ja, aber das... ...verstehe ich nicht. Na, werde ich ja sehen, wenn er müde wird. Ich verstehe das nicht. Ich will jetzt auch nicht den Rechner neu starten, deswegen. Das wäre jetzt blöd, weil ich bin ja vorhin nur aus dem Spiel rausgegangen. Und habe dann quasi das Spiel neu gestartet. Aber ich habe keine Ahnung, warum das jetzt nicht so funktioniert. Aber guck mal, der ist immer noch... Die Energie ist immer noch voll, obwohl... Ich verstehe es nicht. Sie geht auch nicht runter. Wenn die jetzt runtergehen würde und das... Ich... Ich habe keine Ahnung, Leute. Ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Null Schäckung. Kein blassen Dunst. Ganz ehrlich. Nicht. Achso, der soll ja was essen kochen. Rumpi. Siehst du, eben war das eben, dass er voll war, aber... Ich mache mir erstmal eine Zigarette. Ich... Alter. Ich frage mich, warum geht das denn nicht? Verstehe ich nicht. Das kann doch nicht nur an den Dings liegen. Aber kann es auch nicht sein, weil ich habe das Spiel ja neu gestartet. Ich verstehe das nicht. Alter. Das Problem manchmal mit den Mods. Ich weiß nicht, ob das an den Mods liegt, aber es scheint ja nicht daran zu liegen, weil... Bei den anderen geht es ja. Bei den Leuten, die ich mir runtergeladen habe. Und die sind dann jenes. Weißt du, das... Das geht ja alles. Nur bei denen nicht. Und das wiederum verstehe ich da nicht. Ich müsste eins auch nochmal probieren. Ähm. Müsste eins auch nochmal probieren. Dass ich da... Zu meinem Haushalt wechsle, weil den habe ich ja auch reingemacht. Wie der sich verhält. Weil ich... Weiß das nicht. 390. Und er ist wach. Aber es ist problematisch. Es ist sehr problematisch, wenn... Wenn die nicht schlafen. Wenn die nicht schlafen können. Das ist sehr problematisch. Weil... Was sollen die den ganzen Tag und die ganze Nacht machen? Was ist ein Problem? Weil die brauchen ja auch nicht mehr duschen. Normalerweise könnte ich die Dusche verkaufen. Weißt du, weil die... So, Hunger. Da können sie auch mal eine Schüssel nehmen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich... Ich weiß es nicht. Der Rumpel, der kann noch... Oh, weiß ich nicht. Komisch rumrennen, ne? So. Oh, Kashiwedao. Ne, ich weiß aber ehrlich nicht, was ich da machen soll. Der kann jetzt mal seinen Hahn in die Schüssel drücken. Der kann ja mal versuchen zu duschen, aber ich... Es scheint... Blitzeblang. Ich fühle der Körperhygiene. Ja, der ist dauernd... Der braucht nicht duschen, Alter. Das ist jetzt wirklich wie ein Game.